Willkommen zu unserem Video über 5 schöne Reiseziele in Wiener Neustadt. Wiener Neustadt ist eine charmante Stadt in Niederösterreich, die reich an Geschichte und Kultur ist. Die Stadt hat eine lange Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht und es gibt viele Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, die Besucher genießen können. Hier sind 5 Orte, die Sie auf jeden Fall in Wiener Neustadt besuchen sollten. 1. Dom Wiener Neustadt Der Dom von Wiener Neustadt ist eine beeindruckende Kirche, die im 13. Jahrhundert erbaut wurde. Der Dom ist berühmt für seine gotische Architektur und seine beeindruckenden Wandmalereien. Besucher können die Kirche besichtigen und die faszinierende Geschichte des Ortes kennenlernen. 2. Fischerpark Der Fischerpark ist ein modernes Einkaufszentrum, das eine breite Palette an Geschäften, Restaurants und Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Der Park verfügt über einen großen Innenhof mit einem Brunnen, der an heißen Tagen ein beliebter Treffpunkt ist. 3. Schloss Wiener Neustadt Schloss Wiener Neustadt ist eine wunderschöne Burg, die im 12. Jahrhundert erbaut wurde. Die Burg ist von einem Wassergraben umgeben und verfügt über eine beeindruckende Sammlung von historischen Waffen und Rüstungen. Besucher können die Burg besichtigen und die Geschichte des Ortes erleben. 4. Stadtmuseum Wiener Neustadt Das Stadtmuseum Wiener Neustadt ist ein Museum, das die Geschichte und Kultur der Stadt dokumentiert. Das Museum verfügt über eine Vielzahl von Exponaten, darunter historische Artefakte, Kunstwerke und Fotografien. Besucher können die Sammlungen erkunden und mehr über die Geschichte der Stadt erfahren. 5. Domplatz Wiener Neustadt Der Domplatz von Wiener Neustadt ist ein malerischer Platz im Herzen der Stadt. Der Platz ist von historischen Gebäuden umgeben und bietet einen atemberaubenden Blick auf den Dom. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen und Märkte statt, die Besucher genießen können. Fazit Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Wiener Neustadt ein wunderschönes Reiseziel ist, das reich an Geschichte und Kultur ist. Mit seinen faszinierenden Sehenswürdigkeiten, modernen Einkaufszentren und lebendigen Plätzen ist es ein Ort, den Sie nicht verpassen sollten. Planen Sie noch heute Ihre Reise nach Wiener Neustadt und erleben Sie die Schönheit und Vielfalt der Stadt. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Planen Sie eine Art, um ein Video mehr zu verpassen. Planen Sie die Schönheit und die Würzlge und die Musikkarte her. Untertitelung des ZDF, 2020